Äh, Simlucky, bin ich größer als du? Nein, bist du nicht? Ich bin viel größer! Äh, was redest du? Wir sind gleich groß! Äh, nein, schau mich an! Wow! Was? Oh Mann! Und was ist mit jetzt? Jetzt bin ich größer! Haha! Wow! Haha! Ey, weißt du, was wir heute machen? Äh, was machen wir heute, Simlucky? Äh, stimmt! Heute werden wir unseren Hals wachsen lassen mit jeder Sekunde! Äh, auja, Freunde! Und, äh, okay, wie groß können wir eigentlich werden? Hm, ich weiß nicht, wartet mal, äh, äh, schau dir das mal an! Dort vorne ist ein Typ, der hat seinen Hals geht fast bis zum Mond! Wow, ist der groß! Ey, mein Ziel ist es, noch höher zu werden wie der! Mein Ziel ist es, der größte von allen zu werden! Wow, sind die riesig! Aber, ey, Simlucky, wir haben auch schon eine riesige Größe, oder nicht, erreicht! Schau mal hier! 33, äh, Komma... Ne, 34 hab ich jetzt! Hm, und ich hab nur 42! Haha! Hey, aber, Simlucky, wie können wir unseren Hals noch schneller wachsen lassen? Ich meine, ich will auf die Top 1! Hm, warte mal, was ist das dort vorne? Siehst du das? Hm, ja, okay, ich sehe es auch! Denkst du, damit können wir uns einen Hals zum Wachsen bringen? Äh, Schwierigkeit einstern! Lass uns das mal ausprobieren! Und zack, let's go! Wow! Oh! Let's go! Ah, okay, was passiert hier? Hey, ich bin da draufgegangen! Äh, äh, Simlucky? Ich glaub... Ah, jetzt verstehe ich das Prinzip! Wir müssen unseren Hals wachsen lassen! Und zack, let's go! Ah! Ich bin schon wieder draufgegangen! Hä? Äh, Uri, was machst du nur? Oh, Mann, ich bin echt nicht so gut in dem Spiel! Ich spiele das zum ersten Mal! Und zack! Hä? Warum gehe ich die ganze Zeit drauf? Okay, Uri, lass uns das mal an! Simlucky, diesmal schaffe ich das! Wow! Ich hab's wirklich geschafft! Warte mal, noch höher geht es auch? Und jetzt muss ich runter! Jetzt muss ich runter! Jetzt muss ich schrumpfen! Und zack! Let's go! Warte mal, was? Ich muss springen? Was soll das sein? Oh, da! Oh, ey! Was machst du? Hä? Äh, okay, ich komm auch zack! Äh, wir kommen hier nicht hoch! Doch! Zack! Ich hab's geschafft! Wow! Ich hab's gesehen! Oh, nein! Nein, 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 nein! Äh, äh, ich bin draufgegangen! Simlucky, ich bin noch keine 45 Stollen hoch! Ich hab's geschafft! Okay, ich hab's geschafft! Und, äh, ich bin beim Ziel! Ich kann einen Sieg einsammeln! Warte, du kannst einen Sieg einsammeln und ich nicht! Oh, Mann, wie kann das sein? Simlucky hat's geschafft und ich nicht! Ich schaff's jetzt auch! Und wisst ihr, wie ich ein bisschen reinschiete? Ich glaub, ich kauf mir das Teil hier! Und zack! Oh, yeah, Freunde! Let's go! Simlucky darf davon nichts mitbekommen! Ich bin jetzt ein bisschen größer als er! Und wachsen, wachsen, wachsen! Let's go! Wachsen, wachsen, wachsen! Diesmal schaff ich es! Und runter, runter, runter! Oh, mein Hals muss jetzt riesig werden! Und... Ah! Nein, nein, nein! Oh, nochmal, nochmal, nochmal! Und... Ah! Okay, und jetzt mein Hals wieder wachsen lassen! Zack, zack, zack! Ah! Ich hab's geschafft! Simlucky! Oh, warte, ich muss richtig hochspringen! Ah! Ah! Nein, 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 nein! Ah! Und zack! Äh, Simlucky! Äh, warum bist du nicht beim Ziel? Hast du mich etwa angeflunkert? Äh, nein, natürlich nicht! Ich bin schon beim Sport! Ich hab den Sieg abgeholt! Was? Ich hab auch den Sieg abgeholt! Wow! Äh, warte mal, sind wir jetzt... Äh, wir haben jetzt einen 22-Sekunden-Boost bekommen! Unser Hals wächst jetzt doch schneller, oder was? Mhm, okay! Und ich glaub, mit Siegen können wir uns einfach Haustiere kaufen, also Pets! Äh, aber warum ist mein Hals jetzt wieder so klein? Hm? Weiß ich auch nicht, hä? Mach es auch mal klein, vielleicht wurden wir zurückgesetzt! Fast mit jedem Sieg bist du auch zurückgesetzt, aber dafür wächst dein Hals schneller! Oh, Mann, Ucri, wir sind wieder klein, aber schau mal, was man sich hier kaufen kann! Hm, ich seh's! Warte mal, Eier? Äh, wofür brauchen wir Eier? Äh, warte, was ist das? Ein dreifacher Look? Zack! Äh, ich hab nicht genug Siege! Äh, oh, dafür muss ich mir fünf Siege kaufen! Na gut, mach ich mal, und zack! Hey, Ucri, du Cheater! Äh, ey, ganz ruhig, warte mal, ich glaub, ich hab jetzt so dreifachen Look gekauft! Äh, wirklich? Äh, du kriegst gleich ein Pet oder sowas! So, ich hoffe, ich kann mir jetzt den Look... Äh, ich hab mein Ei gekauft zum Lacky! Wow! Doggo, Doggo! Äh, was? Wow, wie cool, Ucri! Ich hab leider keins! Hm, na gut, ich würd sagen, wir werden uns jetzt noch mehr Siege holen, dann können wir uns vielleicht noch coolere Items kaufen! Ah, okay, ich bin dabei, Ucri! Hm, was ist das hier? Obby von Noobs? Äh, ich bin ein Noob, Freunde! Let's go, rein da! Und zack! Oh, hier musst du mal springen, oder nicht? Und... Let's go! Wow, ich bin echt gut, ich bin ein Profi, ich bin ein Profi! Und... Ah! Äh, 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 äh! Diese Obby ist ganz bestimmt nicht für Noobs! Oh, Mann, so lucky! Ich bin draufgegangen! Schau mal, was ich gekauft habe, Ucri, zwei Hunde! Was, zwei Hunde? Oh, Mann, jetzt hast du sogar mehr als ich! Alter, weißt du was? Ich hab aber jetzt ein Parcours, und dann bin ich doch viel, viel größer als du! Und... Let's go! Äh, 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 äh nicht. Au, Mann, du hast vollguckt. Ja, mach aber weiter. Und let's go. Weiter geht's. Schau, ich bin schon viel weiter als du. Und let's go. Aber jetzt mache ich erst mal ernst. Du kannst dich gefasst machen auf was. Zack. Und zack. Okay, Freunde, diesmal schaffe ich diesen Sprung. Wartet. Ab und so, so, so. Wow. Let's go. Okay, ich bin gleich fertig. Ah, nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Au, Mann, Ugrin, du bist so ein Noob. Schau mich an. Warte mal, ich glaube, ich bin jetzt ready. Warte, du bist beim Ziel angekommen? In Ernst? Hm, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, Ugrin. Ich warte auf dich. Okay, ich versuche es jetzt auch. Warte, Freunde, ich muss meinen Hals nach oben kriegen irgendwie. Und komm schon. Ey, ich schaffe den Sprung nicht. Was soll, was blockiert mich bitte sehr? Nee, weil ich bin schon wieder draufgegangen. Ja, Freunde, nein. Oh, Mann, ich war so weit. Ich war so weit. Das kann doch nicht für Noobs sein, 100% nicht. Komm schon, ein Versuch noch, sonst gebe ich auf. Okay, Freunde, das war der Sprung, wo ich eben verloren habe. Warte, aber jetzt schaffe ich das. Und wachsen, 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 wachsen. Und Step Charm. Let's go. Ich habe es geschafft. Hä, Samlacki, warte mal, hast du es wieder von neu versucht? Ja, ich bin den Parkour dreimal noch mal neu gegangen, weil du so schlecht warst. Was? Ist das eine Beleidung an mich? Ey, Mann, jetzt zeige ich dir. Diesmal schaffe ich es schneller als du. Warte mal, was muss man hier machen? So weit war ich auch noch nicht. Ich glaube, man muss hier ins Wasser, dann sich so groß machen und aufpassen nicht, dass man diese roten Balken berührt oder das Wasser. Was? Ich merke es, ich merke es. Warte mal. Okay, man muss hier so durch. Zack. Okay, jetzt wieder ein bisschen runter. So. Ah, nein! Ich habe verloren! Samlacki! Warte auf mich, ich komme zurück! Okay, Samlacki, warte mal, wo bist du? Hä, du bist schon fertig? Ja, gleich. Okay, ich warte noch ein bisschen auf dich, Noob. Äh, auf mich, Noob. Jetzt zeige ich dir, wer der Noob ist. Oh, und durch da. Let's go! Warte, jetzt aufpassen. Was passiert hier? Oh, ich habe es geschafft. Okay, jetzt muss ich ein bisschen schrumpfen. Zack, jetzt einmal hier durch. So, jetzt wieder wachsen. Oh, das war zu viel. Warte. So, müsste das passen. Und, komm schon, let's go! Okay, jetzt aufpassen, aufpassen. Bloß dich die roten Flächen berühren. Das ist Lava. Du musst immer auf die weißen, so wie ich. Oh, warte mal, wie soll ich das anstellen? Keine Ahnung, aber schau mal, ich bin zu zweit. Ah, ich warte! Okay, warte mal, ich spring einfach da drauf. Und zack! Ich habe es geschafft, Simlaki! Jetzt überhole ich dich, jetzt überhole ich dich. Was, du bist rum? Ja, ja, ja. Jetzt siehst du, wer der Noob ist. Okay, warte, Freunde. So, wachsen, wachsen, wachsen und zack! Let's go! Ich bin der Beste, warte! Und da drauf! Wow! Oh, 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 oh! Simlaki! Ich schaffe es, ich schaffe es! Warte mal, der härteste Sprung ever! Okay, nein, 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 ich glaube, du fällst drauf rein. Das ist gar kein schwieriger Sprung. Schau mal, ich glaube, da ist ein unsichtbarer Weg. Wie, da ist ein unsichtbarer Weg? Was meinst du? Probier es mal aus. Nein, du lügst mich an! Was? Nein, okay, mache ich nicht! Ist der Beste sicher, dass du mich nicht anlügst? Nein, ich würde dich niemals anlügen, okay, das weißt du doch. Okay, warte mal, kann ich weiter... Ich habe Angst, ich habe Angst, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe Angst. Okay, keine Angst haben, man muss sich etwas trauen. Aber ich bin mir eigentlich nicht so sicher. Aber ich sehe nichts mehr. Schau mal, hier vorne, da ist nichts mehr. Probier einfach mal anzugehen. Okay, ich gehe ganz nach oben. Und wartet, wartet, Freunde, 204 Meter Länge. Und zack! Das war wirklich eine unsichtbare... Ein unsichtbarer Weg, ein unsichtbarer Weg, Freunde. Und ich habe es geschafft. 50 Meter Halslänge. Wow, das nehme ich mir. Und zack! Wow! Ich bin jetzt größer als du siehst, Lucky. 260 Meter groß. Ich bin 280 Meter groß. Haha, Okri! Was? Oh nein! Was mache ich jetzt? Leute, kommt schon, wir müssen noch ein Spiel spielen. Und dann kommen wir bis ganz nach oben. Vertraut mir! Vielleicht schaffen wir das dann auf diese rote Fläche dort oben. Warte, Leute, wisst ihr, was ich mir kaufe? Ich kaufe mir eine Gans. Zack! Hahaha! Die wird jetzt alles multidisplizieren von mir. So! Guck mal, wie schnell ich jetzt wachse. Let's go, Freunde! Ich wachse richtig schnell! Simlaki, ich habe mir eine Gans gekauft. Hä? Was? Als wenn? Oh ja! Und warte mal, was mache ich jetzt? Freunde, schaut mal hier vor. Das darf Simlaki auf keinen Fall sehen. Ich flüster mal. Seht ihr das? Wow! Eine Rainbow Gans! Eine Rainbow Gans! Schaut euch das an! Mein Hals würde sowas von wachsen, wenn ich die mir kaufen könnte. Wow! Fünften Siege brauche ich dafür. Schaffe ich das überhaupt? Okay, Freunde, ich muss das nächste Spiel spielen. Äh, Simlaki? Ok, ich habe das Spiel geschafft. Schau mal, ich bin einfach 83 Meter groß. Was? Das sind ja 50 Meter mehr als ich. Oh nein! Aber weißt du was? Ich spiele das nächste Spiel. Schaust dir an. Ich muss richtig groß dafür wachsen. Und so! Let's go! Wow! Wow! Bist du groß, Okri! Und schau dir das mal an. Ich bin jetzt einfach über den, äh, über dem Wasser. Und schau, ich habe das Level geschafft. Äh, warte mal. Ich habe gar nichts bekommen dafür. Hä? Was? Ich glaube, es ist einfach Fortbewegung, Okri. Ah, jetzt konnten wir hier auf diese Insel und die nächsten Level spielen. Hm, welches Level willst du als nächstes spielen? Simlaki, ich werde dich überall besiegen. Was? Ey, Okri, wir haben gar nicht gesehen, wer besser ist. Hm, okay, wenn du schon so sagst, dann lass uns sofort, ähm, hm. Sollen wir dieses Level spielen? Ähm, wie wäre es, wenn wir, äh, äh, was ist das hier überhaupt? Äh, was? Ich habe nicht, Junge, was ist das? Oh, Mann, das ist das falsche Level. Äh, Simlaki, siehst du das? Äh, äh, Schwierigkeit zwei und halb Sterne. Oh, nein, Freunde. Okay. Das ist das Schwierigste, Leute, bis jetzt. Ja, das ist nicht mehr für Noobs. Das ist für Profis. Okay, aber ich habe das von Simlaki. Ich habe kein Profi, Okri. Ah, wachsen, wachsen, wachsen. Ah, nein, ich habe sie geschafft. Ich bin kein Profi. Okay, ich versuche es direkt nochmal. Ah, nein. Leute, das ist so schnell für mich. Okay, durch, ja, zack. Jetzt wachsen, wachsen, wachsen. Okay, wachsen, wachsen, wachsen. Nein, wachs doch. Ah. Oh, Mann, das ist echt schwierig. Ich habe einen Trick. Du kannst einfach die ganze Zeit nach hinten laufen, dann bist du langsamer. Echt? Sag das doch direkt. Und so, perfekt. Warte mal, was ist das? Snapjump. Okay, ich springe darüber. Und zack. Ich habe es doch nicht geschafft. Hä? Ich habe es doch geschafft, darüber zu springen. Voll komisch. Du darfst Rote nicht berühren. Ja, wow. Oh. Ich habe das. Du hast es geschafft. Da liegst du. Auf, Mann. Bist doch nicht so krass, ne? Und jetzt schaffe ich diesen Sprung. So was von zack. Hör auch da. Äh, was? Okay, hier muss ich einfach nur durch. So, zack. Perfekt. Oh, nein. Jetzt muss ich richtig schnell wachsen. Nein, 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 nein. Ah, ah. Ich habe es geschafft zu blocken. Ich bin der Beste. Wow, okay, wie gut. Äh, warte mal. Ich schaffe es jetzt auch. Und? Äh, wie musst du schnell wachsen? Drei Siege habe ich bekommen. Äh, warte mal. Was? Ich, ich muss von neu wachsen? Ach. Ich bin vier Meter groß. Okay, aber. Kein muss ja auch von neu wachsen. Hm. Oh, Mann. Was soll das? Ich glaube, Freunde, umso mehr Siege, umso mehr Pets kann man sich kaufen. Aber ich muss aber komplett von neu wachsen. Aber dafür können wir jetzt was richtig krasses hier holen. Und zack. Aber, Ufi, mehr Pets, dann wird man auch größer. Dann können wir vielleicht heute noch tausend Meter groß werden. Oh, ja. Das wäre richtig cool. Oh, ich habe mir was gekauft. Eine. Oh, Mann. Ich habe nur irgendeine komische Ratte bekommen. Nichts Besonderes. Warte mal. Ich drücke da nochmal drauf. Und. Ich habe zehn Siege. Was? Wow, let's go. Zehn Siege? Ja. Wie hast du das denn so schnell? Warte mal, wie viele Siege habe ich eigentlich? Wo sehe ich das? Ich habe fünf Siege. Warte, ich kaufe mir mal auch was. Und. Blatt. Cool. Äh, nur wie ein Hund. Haha. Und ich habe einen ganzen Hund und eine Ratte. Freunde, aber weißt du, was ich mir holen will? Ich möchte mir diese Rainbow-Gunz holen. Ich glaube, ich muss. Ich muss Siege kaufen. Aber Freunde, die ist viel zu teuer. Deshalb würde ich sagen, öffnen wir ein episches Ei. Äh, äh. Okay, warte mal. Ich muss mir, glaube ich, Robux kaufen. Okay, Freunde. Ich habe mir jetzt Robux gekauft. Und ich werde jetzt diese Eier öffnen. Kommt schon. Drei Stück. Aber Samlucky darf doch... Äh. Pony bekommen. Ich habe einen Hasen bekommen. Ich glaube, der ist ja richtig OP. Äh. Okay, was machst du da so lange? Äh, nix, nix. Alles gut. Hm. Okay, schau mal. Ich habe zwei Ratten. Hast du zwei Ratten? Du hast ein Gans. Hm. Gans? Ist die eigentlich stark? Ähm. Ja, die sind super OP. Oh, Freunde. Ich kann die jetzt aktivieren. Schaut euch das an. Und zack. Äh. Ach so. Warte mal. Ich muss den hier wegmachen. So, Freunde. Jetzt kann ich diesen Hasen aktivieren. Zack. Let's go. Oh, ja. Jetzt habe ich drei Haustiere hinten. Und die sind richtig OP. Was? Ich bin schon wieder 200 Meter groß im Lucky. Hm? Zwei? Wie schön bist du denn so groß geworden? Tja, und jetzt spiele ich das allerletzte Level. Das OP-Level. Das Schwierigste von allen. Die EU-Krieg kann gar nicht so groß werden wie du. Tja, selber schuld. Oh, Mann, Freunde. Wir haben es ihm gezeigt. Oh, und, Freunde. Ich glaube, jetzt wird es richtig krass. Was ist das mit dieser Schwierigkeit? Vier Sterne und fast fünf. Und das gibt mir einfach 20 Siege. Wow. Wow. Der ist super Wolkenkratzer. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dort rein. Haha, Sam Lucky. Ey, Gott, bitte auf mich. Aber schau mal. Wenn du jetzt 20 Siege kriegst, dann kannst du vielleicht später in die zweite Welt. Da kann man rein, wenn man 2000 Meter groß ist. Du meinst in die Wolkenwelt? Mhm. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Fangen wir an mit dem Spielen. Ah, Sam Lucky, da bist du ja. Okay, ich habe gerade gesehen, wir müssen da hoch irgendwie. Warte mal. Und klappt das? Äh, warte, müssen wir echt hier hin? Äh, warte nicht. Okay, Uri, ich komme da nicht hoch. Äh, bist du doch zu klein? Oh, du tust mir aber leid. Haha. Hey, Uri, du bist doch nicht so groß geworden. Warte mal, was sehe ich da oben? Hast du etwa andere Haustiere? Äh, nein. Nein, ich habe keine anderen Haustiere. Hey, du lügst doch zu pink ist, aber ich weiß, was das ist. Ich schaue es mir mal an. Uri, du hast den Hausen. Äh, ja, den habe ich gezogen. Wirklich? Ah, okay, ich glaube dir mal. Sam Lucky, ich glaube, wir sind zu klein, um das Spiel hier zu spielen, oder nicht? Ich glaube, wir müssen bis da ganz nach oben. Hm, ich weiß es nicht, Uri. Okay, dann lass uns erst mal was anderes spielen. Freunde, wir sind zu klein, um das Spiel zu spielen. Lass jetzt alle einen Like da, falls ihr Mitleid mehr habt mit mir. Kommt schon, Freunde. Like ein Abo, falls ihr das nicht getan habt. Schnell, schnell, schnell. Drei, zwei, eins. Und kommt schon, nächstes Spiel. Like und abonnieren. Was, Leute? Schaut euch das, Mann. Das sind einfach die Platz eins. Wow, was haben die für einen großen Hals? 83 Millionen? Denkt ihr, wir erreichen das irgendwann mal? Oh, schaut mal, wie groß der dort vorne ist. Okay, warte mal. Wir versuchen mal auch hier drauf zu kommen. Und... Äh, warte, komm. Zack, drauf, dann zack. Wow. Leute, ich glaube, das ist das nächste Spiel. Okay, wir müssen hier diese Rainbow-Leiter benutzen. Simlaki, schau, wie hoch ich komme. Haha. Ich bin gleich der Größte von allen. Wow, schaut euch das an. Wir haben es geschafft. Oh, zack. Oh, oh, oh. Yeah, let's go. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich will nicht hier drauf. Ich will dorthin drauf. Komm schon, Freunde. Das schaffen wir auch. Okay, Freunde. Wir benutzen die nächste Rainbow-Leiter. Denkt ihr, ich schaffe das? Denkt ihr, ich bin groß genug? Warte mal, wir sind gleich oben. So, ganz nach oben. Let's go, Freunde. Simlaki, siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Aber ich muss doch hier bleiben, weil ich bin auch zu klein. Äh, warte mal. Wo bist du, Simlaki? Oh, da vorne bist du ja. Boah, was ist das denn für ein Riese, Leute? Seht ihr den? Wow, ist der riesig. Oh, Mann. Ich wünsche, ich wäre auch mal so groß wie der. Oh, Leute, warte mal. Schaffe ich das überhaupt? Und kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh, nein, ich bin zu klein. Warte mal, das müsste funktionieren. Auf die nächste drauf. Und ich schaffe das, Leute. Ich schaffe das. Kommt schon. Und. Wow. Okay, Simlaki, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich besiege dich sowas, Leute. Ich bin viel größer als du. Ich glaube an dich. Was? Ich bin zu klein. Oh, nein. Geht, Ucree. Ich schaffe es auch nicht. Oh, Mann. Warte mal. Wie wäre es, wenn ich einfach ein paar Sekunden warte? Vielleicht wachse ich dann noch, Freunde. Kommt schon. Kommt schon. Das müsste funktionieren. Lass mich nicht schrumpfen, Ucree. Geh lieber wieder nach unten. Nein, das werde ich nicht. Ey, Leute. Kommentiert mal. Wie groß seid ihr in diesem Spiel? Seid ihr auch so riesig wie ich? Schaut euch das an. Und. Ich müsste es schaffen. Warte doch ganz ein bisschen. Doch ganz ein bisschen. Ich sehe schon den Pokal. Ich sehe schon den Pokal. Und. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Wow. Ich habe es geschafft, Zerblucky. Let's go. Acht Siege. Haha. Ucree, kannst du mir eigentlich Siege abgeben? Äh, nee. Kann ich nicht. Okay, Freunde. Falls euch das Video gefeiert hat, dann lasst euch ein Like auf dem Video. Abonniert den Kanal. Aktiviert den Kanal. Keine weiteren Videos. Möchtest du vermassen? Schaut bei Zerblucky vorbei. Bei Zerblucky Blogs. Und jetzt, Freunde. Drückt schnell aufs nächste Video. Sonst kommt Skimmy die Toilette aus und isst euch. Ganz genau. Drückt auf die nächste Folge. Sonst kommt Skimmy die Toilette.